Liebe Leute, es ist mir eine Freude, euch in dieser Stunde ein Album vorzustellen, das vor Energie nur so strotzt. «Standing at your own grave» heisst das Teil von den Vibes. Ein Aargauer Trio, das nichts anderes will, als mit guter, ehrlicher Rockmusik die Leute unterhalten. Und natürlich will ich euch nicht einfach so trocken etwas über die 14 Dreckmöcken auf dem Album erzählen. Nein, nein, ich habe einen ganz besonderen Studiogast bei mir. Hoi zusammen! Der Lasset... Oh nein. Sie muss ja sagen, wäre ich weh, oder? Hey, hoi zusammen! Ich bin der Mojo von den Vibes. Und da mit dem Loopy... Oh nein, wir hören es ja nicht zusammen. Hey, hoi zusammen! Ich bin der Mojo von den Vibes. Und da mit dem Loopy zusammen bei Radio Orgovia Classic Rock Radio! Juhu! Genau. Und der Mojo und ich reden jetzt dann ausführlich über die neue Platte, über sein grosser Idol, den Lemmy Killmister, aber auch über die Bandkrise, die die Vibes haben müssen durch. Vorher, um ein bisschen einstimmen, hören wir doch noch ein bisschen Musik. Der Opener vom neuen Album. Der heisst Sex Type Thing. Ich bin Urs Hofstetter und los! Der Tyra der Anthony I'd love to hear it We're gonna spend some time tonight Yeah, this stuff is all right We break through the night Untertitelung des ZDF, 2020 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 Also, erstens mal, danke für das Kompliment. Ja, also, bei so einer Studieaufnahme ist natürlich erstens mal die Band, oder? Und der zweite, ganz wichtige Gegenpol, den du dazu hast, ist der, der es aufnimmt. In unserem Fall war das Diesel Imhof, Full Park Records in Luzern. Wir haben das letzte Album 45 Minutes zu Gau schon bei ihm aufgenommen. Und weil er eben auch so eine bodenständige, ärdige, geile Sache ist, mit Riesen gekonnt, so wie wir. Ja, natürlich. Dann haben wir es Album jetzt wieder mit ihm auf. Und das Wichtig ist halt einfach, jetzt gerade so, beim Rock'n'Roll Sound, so wie ich es immer finde, dass man es machen sollte, oder wenn ich es verrichtigend finde, ist, dass du die Basics live aufnimmst, also sprich, die erste Guitarspur, die erste Bassspur und Schlagzeuge zusammen live aufnimmst und das stört so nicht, wenn man halt noch immer mal irgendeine kleine, weisst du, kleine Quietscher drin ist ja, so wie du es jetzt sagst, oder, weisst du, wenn du auch nicht ganz im Timing bist. Wir haben ja klar ein wenigstens Metal noch gebraucht, dass wir auch die Songs, wenn wir gewusst haben, welcher Song es jetzt ist. Aber wir haben nicht alles auf den Klick aufgenommen. Gewisse Sachen schon, gewisse Sachen nicht. Wichtig ist, der Song muss leben. Und wenn du nachher einfach nur Stier auf dem Klick herumhackst und jeder nimmt einzeln sein Instrument auf, ist, am Schluss ist es schon gneuer. Aber irgendwann ist das Ding so sehr sauber, dass es einfach nicht mehr lebt. Oder für mich lebt es einfach dann nicht mehr. Und das ist für mich eine ganz wichtige Entscheidung, wie du so eine Produktion angehst. Und es lebt einfach durch das viel mehr. Und das lebt eben auf dem Album All Standing at your own grave von den Vibes. Mojo Flückinger bei mir jetzt Gast hier bei Argovia Classic Rock Radio. Wir wollen jetzt ja auch mal hören, wie das klingt. Wir haben ein Mösterli schon gehört gehabt vorher. Jetzt möchten wir noch mal hören, wie dreckig das klingt. Kannst du gerade selber einen von diesen 14 Songs auswählen, den wir jetzt gerade hören. Der nächste Song heisst Standing at your own grave, wie auch das Album heisst. Und dort haben wir jetzt frösche Videoclips. Gehen wir schauen, YouTube gehen da rein, The Vibes, Standing at your own grave. Und dann sehen wir uns ein wau klasse Clip, den wir auf die Erde loslassen. Genau. , Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Das ist Standing Out At Your Own Grave, den D2-Track vom vierten vom neuen Album von der Vibes, von der Arauer Band. Sie haben schon alles erlebt, etwa 250 Konzerte in der Vergangenheit, haben schon KMZ 7 und überall ins Baden-Nordportal und die Vorgruppe von Motorshead. Bei mir als Gast immer noch der Motto Flückiger von der Vibes. Was war das für ein Erlebnis, vor dem Lemmy zu spielen? Das ist ein aktuelles Sinn. Das ist ein aktuelles Sinn. Als wir mit der Vibes 2002 angefangen haben, waren wir schon mal die ersten kleinen Interviews. Wir als kleine Teenies waren so, ha, geile Interviews. Es war immer so eine standartige Frage, mit wem willst du mal spielen? Weisst du, was kannst du dir sagen? Was wäre schon das Grösste, was du könntest? Und ich als alten Ur-Motorhead-Fan immer, hey, Motorhead, das wäre das Grösste. Und eines Tages kommt Huren Bucker und sagt, hey Jungs, wir spielen vor Motorhead im Hallenstadion. Wie ist der Gang? Dann musst du eigentlich feiern? Ja, dann hast du natürlich nachher 24 Stunden, 7 Tage in der Woche, hast du das mal gefeiert, oder? Wir haben es natürlich auch erst sehr kurzfristig vorher gewusst, aber zweieinhalb Wochen vorher. Was natürlich eigentlich für uns nicht schlecht war, ist, dass wir nicht so viel Zeit haben, um zu studieren, was alles passieren kann. Ja, schau. Und ja, dort natürlich auch, bevor wir auf der Bühne sind, natürlich gnadenlos, aber so etwas, wo gestrichen Volk dort. Das kann man vorstellen. Wir sitzen dort am Stegelchen unten, gewartet, es ist 8. Showtime, sind wir pünktlich, wir 10 vor 8 Uhr schon dort, hey, ja, pünktlich sind und so. Dann kommt dort der U2 von den Good News und sagt, hey, sind wir parat? Wir sagen, ja, wir sind parat. Ja, ist gut, das Licht am Löschen. Also, da haben sie das Licht abgelöscht im Hallenstadion und als Zuschauer erkenne ich es ja auch. Du bist dort, du bist ein bisschen am Quatsch, ein Bierchen trinken und so. Und dann plötzlich geht das Licht ab und du weisst, ah ja, jetzt kommt die Show. Aber in dem Moment bin ich vor dieser Stegel gestanden, da ist das Licht weg gewesen, wir sind auf der Bühne. Die Hose gestrichen auf alle, oder? Die hat hergestanden, da ist losgegangen und der war echt. Beim ersten Akkord ist nachher alles verflogen gewesen und wir sind nachher so voll in dem Ding inne gewesen. Sicher? Absolut, wow, klasse gewesen. Voll geil. Ist das noch heavy? Ich meine, wir sagen ja, das Motorhead-Publikum verzeigt nicht alles, also nicht jede Band. Also, gerade so, in London ist das, glaube ich, auch mal nicht so einfach, wenn die Vorgruppen verseht. Aber die haben es, glaube ich, noch gut gereicht, oder? Soweit ich mich selber beurteilen, sind wir wirklich gut angekommen. Weil ich habe mir natürlich schwer überlegt, Motorhead hat ganz klar ein Zielpublikum. Was machst du denn da rein? Bier, Büch, Rüte, oder? Das hätte alles passieren können, oder? Wir machen das, was wir immer schon gemacht haben. Wenn wir Glück haben, kommt es an. Wenn wir Pech haben, nicht. Wir haben Glück gegeben. Hat doch der Ebi selber überhaupt registriert? Wir haben ihn kurz gesehen, nach dem Konzert, ob er wirklich, wie sie es schon gesehen hat, oder nicht, das weiss ich nicht. Aber wir haben dann auch immer noch Kontakt gehabt, oder? Ja. Auch mit Disney 2, mit dem Phil und dem Mickey Dino. Das reicht ja eigentlich schon, oder? Das ist, das hat niemand gewaschen, gell? Genau. Klassiker, die Eidol, gell, genau. Jetzt haben wir 14 Stücke da draufgepackt. Sie sind schon heutzutage vermogen, wenn man noch ein Abo rausbringt, dann tut man so neun, vielleicht acht und so, dass wir ja auch nicht alles schon verscherbelt und so. Die haben jetzt einfach 14 Songs draufgepackt. Sind die ja wahnsinnig. Ja, also eigentlich, die Grundidee ist eigentlich gewesen, Jungs, wir nehmen 15 Songs auf, dann schauen wir mal ein bisschen, die Besten nehmen wir dann. Das war die Idee. Und es hat sich ziemlich schnell herauskristallisiert, dass einer nichts wird, oder einfach noch viel, 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 viel mehr Zeit braucht, die wir nicht hatten, haben wir gefunden, schau, den streichen wir schon mal, sind es noch 14 Songs gewesen. Und nachher haben wir angefangen, wir wollen ja Vinyl machen, also es kommt ja jetzt auch raus, das Vinyl, und dort darfst du nicht mehr 45 Minuten draufpressen, sonst hast du schon verlöscht. Und das ist echt dann schade, wenn du Vinyl machst, willst du auch wirklich geilen Sound drauf haben, dann haben wir gefunden, ja, ja, aber kannst du vierte Songs, das bringst du jetzt niemanden, 45 Minuten und so. Und dann schlussendurch haben wir gefunden, ja, wisst ihr was, die vierte Songs, die sind so huren geil, scheisse auf irgendwelche Regeln, die vierte Songs, die hauen wir einfach auf die Platte drauf, und dann machen wir halt einfach das Doppelvinyl, kostet halt mehr scheisse drauf, was selbst. Machst du jetzt ein Album, reisst du dir jetzt den Arsch auf, und in einem halben Jahr hat es dich nur angehackt, wenn du dir irgendwie überlegt hättest, ja, scheisse, jetzt haben wir die drei gestrichen, nur dass es irgendwie so und so ins Format gepasst. Und dann beim nächsten Album haben sie gleich nicht mehr Platz, weil sie schon ein bisschen verrastet sind und so. Ja, das ist eine coole Einstellung. Fällt mir schon so auf, die haben ja eine spezielle Einstellung zu der Musik, oder sie sagen einfach, wir wollen Musik machen, wir wollen eben den Leuten die Arschi ginken, Musik, wegen dem Geld machen wir es nicht. Klar, schön, wenn Geld hier kommt, aber offenbar habt ihr wirklich einfach grauhaften Plausch am Musikmachen, oder? Ja. Und dann nicht nur auf Platten, sondern auch live, das sind dann absolute Live-Granaten, das habe ich schon ein paar Mal gesehen, habt ihr immer noch die gleiche Energie wie vor 13 Jahren auf der Bühne, also wenn ihr nicht dahin kommt, dann macht ihr immer noch das Gleiche. Also für mich persönlich ist das schwierig zu beantworten, also was ich dir sagen kann, ist, dass ich immer noch, wie am Anfang, immer noch gleich am Arsch bin nach dem Konzert, weil ich gebe einfach alles, was ich habe. Das ist ein gutes Zeichen. Wenn wir 40 Minuten spielen, oder wenn wir eineinhalb Stunden spielen, bin ich genau gleich am Ende nachher, ich habe einfach die Kräfte und halt aufteilen, oder? Ja. Wenn es nur 40 Minuten geht, dann geht es einfach um so mehr ab, weil du hast ein bisschen mehr Kräfte, um zu verteilen, oder? Verschließend geht es eigentlich um das, es gibt einfach alles und mit der Erfahrung bringst du ein bisschen her, du weisst auch ein bisschen, wie was kannst du machen, dass es ein bisschen einfacher ist, den Funken ins Publikum rüber zu schwappen lassen, oder? Was machen die, die, die sich überzeugen wollen von euren Live-Qualitäten, da gibt es sicher noch viel, wo kann man euch antreffen, in den nächsten Monaten, Wochen, Jahren, live? Ja, also jetzt geht es auf Plattentafi an, am Samstag, den Kief in Zarao, wo es eine grosse Sause gibt, wo wir das Album gebühren feiern. Die nächste ist dann, das spielen wir in Basel im Hirscheneck am 23. Mai. Wunderbar, und dann kommen wir einfach to be announced, sozusagen. Ja, da gibt es ein paar Festivalslots, die schon bestätigt sind, aber das Einfachste ist, schaut doch auf dervibes.ch, da seht ihr immer gerade alle Shows, oder? Liked uns auf Facebook, ja, liket uns auf Facebook! Genau, liket sie! Der Vibes! Ganz einfach, klick, klick, gefällt mir. Ja, klick, gefällt mir, genau. Das ist wunderbar, Mojo, ich danke dir einfach mal für den Besuch. Ich danke dir, Lübsi. Und, ja, jetzt danke auch für den Besuch. Nein, das ist ganz wichtig, gerade in der heutigen Zeit braucht es genauso Leute wie dich, die einfach die Musik auch unterstützen, die Musikschaffenden auch unterstützen. Ein bisschen Enthusiasten. Das geht genau gleich auch mit dem Streaming, sage ich, geht das eben auch verloren. Wir brauchen Leute, die erstens Musik machen und wir brauchen genauso wichtige Leute, die das schaffen, dann auch entsprechend unterstützen und denen auch eine Zuhörerschaft verleihen. Danke vielmals für deinen Support, Lübsi. Danke vielmals, danke vielmals. Ich nehme den Ausschnitt dann auch noch für das Quali-Gespräch mit dem Chef. Das ist gut. Das Beste, was mir passieren kann, sozusagen. Natürlich, selbstverständlich, entlohne ich dir jetzt da nicht aus dem Studio, ohne dass du nochmal einen dritten Song darfst wünschen. Jetzt kannst du natürlich sagen, willst du gerne nochmal einen von deinem Album oder sonst einen? Also, kannst du auch sonst irgendeinen Song wünschen? Du hast jetzt freie Hand. Ja, freie Hand. Du hast einfach nicht irgendwelche Tubel or Bells von Mike Holdfield, 25 Minuten. Du hast keine Angst da. Nein, wir haben so Freude an unserem Album. Dann machen wir natürlich einen von unserem neuen Album. Machen wir unseren Gastrauer, den Shout-It-Out. Also, grossartig. Da hast du ein Shout-It-Out von den Vibes vom neuen Album, Standing at Your Own Grave. Bei mir als Gast war der Mojo Flückinger, ein Drittel der Vibes von dieser absolut energiegeladenen Rock-and-Roll-Band. War auch. Danke vielmals für den Besuch. Danke dir. Und viel Spass. War auch. Classic Rock Radio. Quiet Guys, you got no history. Quiet Guys, you got you any trouble. Quiet Guys, you got no liberty. Quiet Guys, you're the ones that pay. Quiet Guys, help me through the day. Quiet Guys, fit in your food. Quiet Guys, come in suicide. Quiet Guys, you're the ones that pay. Quiet Guys, you're the ones that pay. There's a pile on the street. I feel it in my bones. A lot of me tell this guy's given you decided on your own. You got to shout it out, you got to shout it out loud. You got to shout it out, you got to shout it out loud. You got to shout it out, you got to shout it out loud. Shout it out, shout it out loud. Shout it out, shout it out loud. Let's go. Loud Guys, make the news. Loud Guys, be on authority. Loud Guys, don't kill you last. Loud Guys, don't want 70. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018